Aber da kommen wir nicht hin. So, wie war das jetzt nochmal? Das auf. Das auf. Hä? Ja, baller, baller. Äh, da ist eine Truhe und da ist ein Ventil. Das ist sehr schön. Wenn das auch einen Sinn ergeben würde, die Schalter meine ich. Ja. Der Schalter macht das Ding auf. Der hier macht das auf und das wieder zu. Oh, nicht schlecht. Der Schalter macht das zu. Oder warte mal. Ja, aber dann geht das wieder zu. Ah, okay. Jetzt haben wir den eingeschalten. Machen wir den auf. Dann machen wir den auf. Sieh mal einer an. So funktioniert das also. Meisterlich verschlossen, natürlich. Er braucht jetzt ein bisschen länger. mit dem Speichern. Merkt man grad. Ah, jetzt könnte der Amulett von Mara Gold 100. Robin. Winziges Seelenstein mit armseliger. Heilende Hände. Kenne ich zwar schon, aber was schon. Dann haben wir hier noch eine Truhe mit 5 Gold. Große Thwema-Platte. Welche des starken Blockens. Und Silber-Diadee mit dem Mondstein. Nein. Dann haben wir hier noch ein Ventil. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Eine verzierte Thwema. Blub, blub, blub. Was auch immer. Ah, ja. Von welchen Kolosser die gesprochen? Meinen die vielleicht so einen Roboter? Von den alten, äh, Zwergen? Das wär ja krass. Ah, ja. Wunderbar. Tiefengewölbe. Na, gehen wir mal runter. Da, mir soll's auch anders sein, Falmer. Ja. Hörskarpfen, Gold, schwaches Gift des langen Leidens. Die zwei Falmenohre. Und den Rest kannst du behalten. Du komischer, du komischer. Ist das das, was ich glaub, dass es ist? Ne. 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 Das war ein anderes. Es sah nur nicht mal annähernd danach aus. Boah. Boah, das ist den Hintergewicht. Die Pfeile nehme ich. Die Pfeile und das Gold. Totenschädel. Was haben wir denn hier? Nichts. Ja, Schimmelpilz. Ich weiß, Schimmelpilz. Klingt aber so schön. Schimmelpilz. Das Gold, das Falmer Ohr, der hat nur ein Ohr gehabt. Naja. Wo habe ich den eigentlich getroffen? Du magst den nicht bewegen, ha? Du fauler Sack, du fauler. Lass mich da drüben, ist... Ah ja. Wollt ihr los, wirbelwindsprint. Das dauert jetzt. Ich hoffe, das war's wert. Zwei Dietrichen, sechsmal Gold, kleiner Twemerhebel, magelloser Amethyst. Und Zaubertrank der Höchsten. Ah, naja. Balla. Hier geht's wieder hoch. Ich hoffe, dass man da ein Über... Ah ja, doch. Sieht gut aus. Hier gibt es nichts. Das kommt daher, dass ich alles durchsuche. Ich bin immer neugierig. Stimmt zwar nicht, aber passt schon. Ne, so neugierig bin ich eigentlich nicht. Also, das ist richtig neugierig bin ich eigentlich nicht. Servus. Wie geht's denn so, ne? Ja, du Vogel. Den Todesbogen nämlich, die acht Gold und... Das war's schon. Gut raus, sicher was. Tür öffnen. Gut, dann gehen wir mal rein. Dritte Einbring, Geld herein. Oder wie war das? Schleichen kann ich ganz gut gebrauchen. Guck mal, da steht einer. Und wagt ihr nur darauf, ob er nach oben ist noch einer. Und wagt ihr nur darauf, um uns erschossen zu werden. Er bettelt förmlich darum, erschossen zu werden. Ja, dann werden wir ihm den Gefallen tun, ne? Wir haben ja einen Arm verletzt. Naja. Geht das Ganze vielleicht auch ohne Rülpsen? Wäre das möglich, du komische Fallmer? Starb der Blitze mit acht Pfund. Gib her. Das war so ein Magierfallen. Wieso habe ich jetzt... Ich habe doch nicht umgeschalten auf meine... Pfeile. 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 Wäre das vielleicht möglich, dass du Arschloch endlich mal tot bist? Der Zeitliche segnest. Du Häufchen Elend. Da hinten gibt's nichts. Oh, wollen wir denn erst eine Hütte zugeschlossen? Ach so. Da hat er seine Mahlzeit bereitgelegt. Acht Gold, Nordmitte kannst du behalten. Eisenbar nehme ich dir ab. Scheiß, ob du. Hä? Nordmastung, Nordmitte. Forget it. Na, das Gold nehme ich, die Fallmerpfeile. Ja, ja. Kleinvieh. Ne Truhe, die mal nicht meisterlich verschlossen ist. 19, schwache Seelenstein, Stahlstulpenstiefel und Magie. Die Stahlstulpenstiefel lassen wir drin. Nein, hier gibt es nichts. Der Bildkanton, da war man schon. Was ist das? Fischer und Scheiß durch die Gegend. Oh. Alter, Mann. Hier. Ein kühles Bad in der Vogeldings hier, in der Vogeltränke. Der Fallmer. Könntest du vielleicht immer stehen bleiben, damit ich die... Ey, wie wirst du denn machen, wenn du stehen bleibst, damit ich dich umlegen kann? Hey, da nein, ey. Was für komische Leute es gibt. Kleine Heilung, kräftige Magie, Seelenstein, schwacher Seelenstein und 26 Gold. Wenn ich das richtig habe. Und wieder eine Truhe. 23 Gold, steckt ein Plan dahinter. Und noch eine Truhe. Eisen, zwei Händer und Gold. Die Pfeile nehme ich mit. Eisen, zwei Händer. Ne, nicht wirklich. Eine Schaufel hat er da wo rum. Schleppt ja eigentlich eine Schaufel mit sich rum. Wo hat er die dahin stecken? Wo? Ich will es gar nicht wissen. 35 und ein Todesding. Fallmer Ohr. Das ist dann nämlich das Ohr und das Gold. Schade. Oh, ein Pfeilchen von mir. Liegt da vielleicht noch ein Pfeilchen von mir rum? Oh, guck mal. Und hier liegt noch einer. Die Pfeile sind teuer. Und hier liegt noch einer. Und da liegt noch einer. Ja, ja. Und da steckt noch ein Pfeil von mir. Wo geht es hier lang? Das wissen wir natürlich erst, wenn wir es ausprobiert haben. Wenn wir aufgelatscht sind. Klar, ne? Soweit. Was willst du denn du? Wo bist du denn? Ah, der passt. Ich habe keine Angst vor großen Tieren. Acht Pfeilerpfeile. Schade, dass das mein Pfeil nicht... Naja, Totenschädel. Ne. Alter Mann. Hier ist ein Schalter. Was war das jetzt? Experte, auch noch. Ich habe sonst nichts im ganzen Tag zu tun. Oh, hier ist es. Ne, hier ist es nicht. Es ist mehr hier. Oder doch vielleicht hier. Oder vielleicht doch hier. Ne, hier ist es nicht. Gehen wir mal hier hin. Da bricht er. Hier bricht er erst bei da. Da ist es. Falmer Schild. Zwergen... Du bist ruhig. Zwergenöl. Falmer Stiefel. Die Truhe. Der silberne Rubinring. Der goldene Ring. Das Buch. Der Weg war umsonst. Was soll ich denn hier? Oh, da fand ich noch eine Truhe. Was haben wir denn da? Ein Falmer Helm. Toll. Wenn es ist. Wenn es ist sieben Gold. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist so. Nhung. Wenn es ist, ist sie besser. Und die Hoffnung, das ist sieben. Ich muss nicht sagen. Wenn es ist sieben. Wenn es ist, ist sieben. Es ist jetzt so. ja ach da vorne ist eine treppe auch nicht schlecht ne vogel bleib mal da